So, da sind wir auch schon direkt am neuen Tag. Neue Tagesaufgabe ist klar. Eliminierung mit einer Explosionswaffe. Ich denke mal, da gibt es derzeit wirklich den perfekten Modus. Kurz in eigener Sache. Ihr seht unten, die Zahlen sind fast vollständig. Also, wer noch nicht abonniert hat, jetzt ein Abo dalassen. Jetzt ist halt die große Chance, den Code zu knacken. Die nächste Zahl werde ich schon in dem Video bekannt geben. Wenn die 140 Abonnenten erreicht werden, steht die 14. Zahl sowieso schon da. Dann werde ich die 15. Zahl im Video bekannt geben. Und dann dürfte es ja eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der Code geknackt ist und ihr die 10 Euro habt. Ich habe eben auch selbst nochmal nachgeguckt. Der Code wurde noch nicht geknackt. Und sobald der geknackt wurde, wird natürlich sofort ein neuer Code entstehen. Beziehungsweise, dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Und ihr habt wieder die Chance, einen neuen Code zu knacken. So, wir gehen aber jetzt mal direkt auf die Aufgabe ein. Wie gesagt, Eliminierung mit einer Explosionswaffe. Dazu gehen wir ganz einfach in Hochexplosiv Induce. Da bin ich gerade echt schon überlegen, ob ich es nicht sogar hingehen soll und es alleine probieren soll. Aber wir probieren gucken einfach mal. Das müsste ich nämlich eigentlich schon allein hinkriegen. Weil die Wochenaufgaben sind ja diesmal ein bisschen auf Freunde fixiert. Da wollte ich mal gleich gucken, wer alles so online ist oder eventuell mitmachen will. Ich meine, jetzt ist eure große Chance, mir ein Video zu machen. So, wir treten so vorbei. Und die alten Hase und Deutsche wissen ja, Ladebildschirm, Like-Zeit, Kommentier-Zeit. Wenn noch kein Abonnent ist, jetzt ist die Chance. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Code knacken könnt, könnt einfach in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video zugemacht. Einmal, wo ich mich vorstelle. Und wie der Code zu knacken ist. Und wie man einlöst etc. Und wie gesagt, es geht um einen 10-Euro-Code. Also nicht irgendwie, wenn ihr den Code geknackt habt, dann irgendwas versuchen für 20 Euro zu kaufen. Weil das wird dann nicht funktionieren. Nur 10-Euro-Code, PaySafe, einlösen. Und löst auch 10 Euro ein, nicht 5 Euro. So. Hallo. Hallo. Ich glaube, der Master ist echt dum. Das gibt nichts mit dem. Springt der überhaupt raus? Ich glaube, der stirbt. Springt der noch raus? Ah ja, das sieht ja schon wieder weh scheiden aus. Schon mal safe alleine? Das Problem wird schon sein, dass ich hier die Tagesausgabe noch habe. Was für mich? Ah ja, das geht los. da ist schon der kill ja da runter war jetzt nicht so schlau aber ihr habt ja gesehen wie es funktioniert aber da ich so einen tollen team kameraden hat das nicht wirklich funktioniert aber ich denke mal ich weiß jetzt nicht ob es die tagesaufgabe war die ich gelöst habe oder eben ob es schon wochenaufgabe war aber das werden wir gleich erfahren aber ihr habt ihr gesehen es ist einfach geht einfach du es hoch exklusiv der modus und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft wir gucken jetzt gerade noch mal wie gesagt wenn ich damit schon helfen konnte oder auch schon öfters wie gesagt abonnenten sind gefragt sei kein frosch hau ein abo raus zeitlich begrenzt sommerflöhe also war es die tagesaufgabe ihr seht simpel gemacht in dem sinne haut rein achso falls ihr hilfe braucht heute noch ihr könnt mir gerne die kommentare schreiben oder schreibt euch gegenseitig unten mit epic namen weil wir sind ja einige dabei die keinen finden gerade der freund ist nicht da werden einer hilfe braucht schreibt unten in die kommentare inzwischen fangen wir schon an uns gegenseitig zu helfen was ist natürlich sehr feier und in dem sinne würde ich sagen die nächste zahl ist die null bevor ich vergesse und haut rein